Der Präsident der USA, Barack Obama, hält Reden an die Nationen. In einer seiner letzten Reden hat er davon geschwärmt, wie eine Ausbildung, eine duale Ausbildung in Deutschland ist. Die gibt es nicht in den USA. Er möchte solche Fachkräfte und eine solche Ausbildung. Ihr, Sie alle könnt eine solche Ausbildung in Deutschland, in den unterschiedlichsten Berufen aufgreifen und damit interessante Arbeitsmöglichkeiten finden, in allen Teilen Deutschlands, aber auch in Europa und weit darüber hinaus. Man kann vielfältigste Berufe auswählen und man kann sich entscheiden, will man dann in einer großen Firma arbeiten oder will man in einer kleinen Firma arbeiten. Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn man eine duale Ausbildung wählt und man möchte später anderes machen, dann kann man Meister werden, man kann in Deutschland jetzt studieren, man muss kein Abitur nachholen, aber man muss eine gute duale Ausbildung haben. Und deswegen rate ich dazu, das zu tun.